Wenn ihr natürlich mehr von diesen Gewinnspielen unterstützen wollt, dann natürlich Creator-Code iCrymexlogi. Somit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Ich kann öfter ein bisschen V-Bucks an euch raushauen. Leute, Mega-Champ, Mega-Champ, Mega-Champ! Oh! Hey, Leute, die Crymex hier. Und heute gibt es mal wieder einen weiteren DevRun in Fortnite. Aber heute mit dem Driftboard, Leute. Und natürlich heute wieder mit dabei ist der Bested Nummer 1. Oh, du Mann, Peach. Guck mal inzwischen die Beine. Oh, zack. Hast du gesehen? Ja, das hat mir gefallen, Bruder. Ja, schöne Aussicht, Leute. Verprüfen auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr mehr DevRun sehen wollt. Creator-Code iCrymexlogi, ihr wisst Bescheid. Und Leute, diese DevRun, ich raste hier immer richtig aus. Und heute mit dem neuen Driftboard. Ich muss ehrlich zugeben, das ist der erste DevRun mit dem Driftboard, den ich hier mache. Ich mache hier gerade mein Zorn noch ein bisschen leiser. Ey, wir haben die gleichen Dinge an. Guck mal. Was haben wir? Ah, die gleiche Snowbox. Ey, ey! Bruder! Ich würde sagen, wir machen... Ich würde sagen, wir machen eine Challenge draus. Und zwar, wer zuerst im Ziel ist... Oh, nein, ey! Ey, was? Und zwar, der Verlierer muss dem Gewinner irgendeinen random Gegenstand im Item-Shop kaufen. Okay, komm, Digga. Das heißt, jetzt geht's um was. Okay, jetzt geht's um was. Oh, 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 nein! Man muss jetzt so... Oh, oh! Ja, ja, ich hab's geschafft! Warte, warte, und jetzt hier rein, jetzt hier rein. Und PUSS! Nein! Was? Ja! Oh, mein Gott, wie knapp! Nein, komm, komm, komm! Oh, mein Gott, oh, mein Gott! Jetzt geht's um alles, Leute! Jetzt geht's um alles! Oh, 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 oh! Oh, ja! Oh, oh! Was? Nein, nein, ich muss den Bus... Ey! Äh! Ah, verpiss dich hier! Verpiss dich! Ich muss nicht runter! Warte! Ey, ey, warte! Ich schiebe ihn runter! Ah! Was? Ah, er ist runter... Er ist runtergefallen! Ey, das ist nicht dein Ernst, Max, Digga! Oh, mein Gott, ich hab's rüber geschafft! Ey, Mann! Ich glaub, jetzt muss man hier absteigen! Oh, shit, Digga! Oh, du Mann! Oh, du Mann! Ich such mir was Schönes im Itemshop aus und... Oh, nein, ist ein Fall! Oh, 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 nein! Alter! Ich bin direkt hochgekommen! Ich bin jetzt bei... Ich hab schon den zweiten Checkpoint, Digga! Hallo, das ist... Cheat, Hack! Schiri, Schiri, wir wechseln! Max raus! Oh, mein Gott! Hä? Bruder, was? In welche Tür muss ich rein? Warte mal, okay! Okay, okay, hier ist... Bei der eigenen Tür war ein Boost! Ich glaub, hier muss man rein, Leute! Oh, mein Gott! Ich hab auch schon Informationen, die du noch nicht hast! Ey, ich falle immer unten! Ich hab schon... Okay, ich glaub, ich muss hier hinten hin... Oh, mein Gott, man darf dich zu langsam... Nein! Ey, man darf doch gar nicht boosten beim Schluss! Doch, doch, klar! Hä? Du musst boosten! Ey, ich bin nur geflogen! Oh, mein Gott, ich hab's... Okay, hä? Ey, das ist doch nicht wahr! Vor allem, Max, Digga, das ist easy für dich, weil... Oh, nein, das ist ne Falle! Das ist ne Falle! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich komm hier nicht mehr raus! Das ist ne Falle! Ja, super, Leute! Googlet mein Auge, funktioniert! Ja! Funktioniert mein Auge, Max? Digga, dein Auge hat richtig getroffen wieder, Junge! Hier war eine Tür... Hier war auch keine Falle! Ich muss jetzt hier grad erst mal schauen! Warte, hier war keine Falle! Oh, dann ist sie oben! Ey! Oh! Was? Ich glaub, das ist es! Die sieht noch von außen aus, als wär das ne Falle hier, aber das ist die... Nein! Warte! Oh, mein Gott! Ich glaub, das ist die richtige... Ja! Checkpoint! Checkpoint! Scheiße! Oh, mein Gott! Oh, du, Mann! Digga, ich bin immer noch bei Level 1, wenn ich dann weiterkomme, Digga! Komm einfach nicht weiter, Digga! Digga, ich freu mich schon, dass du mir was im Shop kaufen musst, Digga! Oh, shit! Okay, ich bin jetzt... Ich hab... Ich bin jetzt Stage 3, Junge, ich bin jetzt Stage 3! Was, wo muss ich denn hier jetzt jumpen? Heiz, Maul, ich bin gestorben! Und ich muss wieder von Anfang an! Nein, 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 du hast doch einen Checkpoint! Ne, muss ich nicht, ah, Gott sei Dank auch! Oh! Okay! Oh, hier sind diese Fortnermünzen, oh, die machen coole Geräusche, Leute! Oh, die machen richtig coole Geräusche! Komm, nochmal, nochmal das Geräusch hier fangen! Oh, nein! Hey! Nein! Bruder! Ah! Ja! Aber ich glaube, ich bin zu einem Checkpoint gekommen! Welche Tür ist da richtig? Wo bin ich? Ah, ja, genau, perfekt, perfekt! Jetzt muss ich hier... Ey, aber ich hab hier kein Driftboard! Geht das auch ohne Driftboard? Bitch, tschüss! Ja! Oh! Nice, nice, nice! Aber ich will mal wieder in Driftboard! Warum kriege ich hier keinen Driftboards mehr? Weil du es nicht verdient hast, oder? Ey, das kann man doch hier nur mit einem Driftboard schaffen und hier sind keine mehr! Haha! Ich hab grad mies verkackt! Ich hab mies verkackt! Ja, nein! Oh mein Gott! Nein! Ah! Hier oben ist ein Driftboard-Spawner! Ich hab einen gefunden! Ey, aber nicht! Ich hab wieder ein neues Driftboard! Das zählt nicht! Okay, nice! Das ist, ähm... Hä? Shit, wie knapp! Alter, das ist ein richtiger Mega-Chompier! Auf Ehrenbasis geb ich ihm hier sogar Tipps, Leute! Ehrenmann, Digga! Ehrenmann, Leute! Lass mal ein Hashtag Ehrenmann in die Kommentare! Ja! Oh mein Gott! Wieder geschafft! Wieder geschafft, hier! Komm, chompett nach oben! Chompett nach oben! Oh nein! Oh nein, nein, nein! Wann kann hier wieder nicht das Driftboard mitnehmen? Oh, ich hör... Ich hör... Oh, Mann! Ich hör ihn schon ganz bei mir in der Nähe! Oh mein Gott, komm! Komm, komm, komm! Weiter nach oben! Weiter nach oben! Weiter noch! Ich hör ein grüner Schleier auf meinem... Was ist das? Okay, okay, komm! Das hat zu beruhigend, weil... Okay, ich bin, Digga, ich bin Stage 5! Ach, du Scheiße! Ey, okay, wo ist... Wo sind die Driftboards, Digga? Wo sind die Driftboards? Der Mapboard, ne? Wenn ich den persönlich treffe... Also, ich muss ehrlich... Normalerweise bei diesen Deathruns... Ich bin immer ultra-tilted, aber ich hab keine Ahnung, warum ich hier... Einfach direkt so schnell durchkomme! Ja, weil ich kacke bin, Digga! Hä, aber das... Das, das, die kann man doch nur mit Driftboards schaffen, wenn ich jetzt hier so... Ja, okay, man könnte jetzt hier ein bisschen, äh... Cheating machen... Ach, wie ist... Oh, oh... Mit... Mit Kleiter hier einfach runter, aber ist ja... Egal... Hä? Okay... Was ist hier, Digga? Okay, ich kleite jetzt hier einfach runter, weil... Oh mein Gott! Hä? Hä, Digga? Wo bin ich denn jetzt hier? Junge, Patches, warte doch mal! Was ist denn hier los? Lol... Okay... Ah, ich muss da runter und dann... Wo bin ich denn jetzt, Digga? Wo bin ich denn jetzt? Ich glaub, ich glaub, Digga, ich glaub, ich war grad schon im Ziel. Na, aber nicht! Auf, korrekt! Hallo! Ja, hier draus, das ist Ziel, Digga! Nein! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Äh... 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 Digga... Zählt nicht! Natürlich zählt das! Ich hab gewonnen, Junge! Digga, das war... Das war Cheaten, Digga! Ich hab's doch gesehen! Digga, ich hab's gesehen, Digga! Kommst du noch, oder...? Digga, ich bin jetzt bei Stage 4, Digga! Okay, meine Freunde, den ersten Dev-Brand hab ich einfach übelst easy geschafft! Ich weiß nicht, Odoman hätte vielleicht irgendwann an Weihnachten, wäre der auch noch ins Ziel reingekommen! Aber ich dachte mir, ähm... Ich bin ja eigentlich... Jetzt hab ich schon gewonnen, aber ich geb Odoman jetzt quasi nochmal eine Chance! Let's go! Und jetzt hier nochmal einen anderen Dev-Run, und ihr könnt's schon sehen, hier mit Laserstrahlen, Falle und so... Der ist richtig asozial, der Dev-Run! Und ich würde sagen, Bruder, es geht los! Komm! Okay, komm! Fahr du zuerst! Fahr du zuerst! Fahr du zuerst! Okay! Riech doch nicht raus! Ja, ja, ja! Riech doch nicht weg! Ah! Digga! Okay, ich werd jetzt anfangen, ich werd anfangen! Wenn du einen Dreißiger machst... Ey! 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 Ich soll nicht weinen! Es ist runtergefallen! Junge! Digga, Odoman! Digga, ich mach echt nichts! Komm! Oh! Ja, wie soll das gehen? Oh, shit, Digga! Wir dürfen nicht... Contour-Controller, ne? Das ist easier, oder? Oh, ich weiß nicht! Mit ganz viel Feingefühl! Ich, äh, bewege grad den Joystick so, als wär ich an den Nippel von deiner Mom! Du kleiner Mann! So richtig mit Feingefühl, Digga! Nein! Ah! Ja, du hast dich auseinandergenommen, du! Digga, ich leg Auge, dass du runterfällst! Ich leg Auge, dass du runterfällst! Weißt du, wie ich Feingefühl mach, Digga? Wie denn? Wie bei den Nippeln von deinem Dad? Du Ekel, Digga! Wann, du bist nicht beim Controller, Digga? Ich bin's bei unserer Tastatur! Okay, pass mal auf! Was muss ich jetzt... Nein! Max! Oh! Oh mein Gott, ich war fast runtergefallen! Hast du das gesehen? Digga, ich kann grad nicht gucken! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Hält du Schiss? Oh! Feingefühl sein Großonkel! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! Nicht runterfallen jetzt! Oh mein Gott! Wussten... Ah, ich hab's auch geschafft! Bin auch hier! Und wie... Wie soll man jetzt da oben in... Hä? Digga! Wie hast du das ohne Driftboard geschafft? Hä? Ich bin irgendwie hoch und dann bin ich abgestiegen irgendwie, Digga! Du musst hoch und dann irgendwie absteigen! Aber ich mach jetzt weiter, weil... Digga! Nein! Ey! Bei mir klappt das nicht! Bei mir klappt das nicht! Ja! Ich hol mir jetzt den... Junge! Wie soll man da reinkommen? Digga! Magst du mich noch einmal abfragen? Ja! 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 Nein! Ich hab's nicht! Wuuuuhu! Nein! Das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Ey! Ich bin hier schon die ganze Zeit! Ich weiß auch irgendwie... Nicht warum wir hier nicht sterben! Es geht irgendwie nur in Driftboards kaputt! Wir würden mir fallen! Aber egal! Man muss eh Respawn machen, wenn man stirbt! Leute! Mega-Chump! 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 Oh! Und nicht geschafft, Digga! Und nicht geschafft! Ah, Mann! Max! Ah, shit, Digga! Max, wir machen's die ganze Zeit falsch! Wie? Haha! Wow! Wow! Ja, ich bin irgendwie unten! Ich bin irgendwie durchgefallen! Keine Ahnung! Komm jetzt! Nein, wo bist du denn? Ich bin hier unten, Digga! Wo unten? Du musst durch dieses Loch springen und dann fällst du runter und hier hinten geht's weiter! Keine Ahnung! Ja, Digga! Aber weißt du, wie das geht? Hier sind Jump-Heads, Digga! Ach, krass! Egal! Warte, ich fahr jetzt weiter! Du musst gar nicht so anders nach den Jump-Heads! Äh! Warum stirbt man denn nicht an den Fallen? Digga, weiß ich nicht! Ich hab keinen Checkpoint geholt! Ich hab keinen Checkpoint geholt! Digga, das sind ja grad ganz, ganz komische Freestyle-Regelungen! Ich weiß, ich hab keine Ahnung, warum man irgendwie hier an den Fallen nicht stirbt! Aber egal, wir müssen irgendwie weiterkommen! Oh, Checkpoint! Digga! Junge! Oh, du Mann! Spring mal in das Loch rein! Spring mal in das Loch! Nee, 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 nee! Ich spring nirgends rein! Nein! Nein! Ey! Elektroschocks! Ey! Digga, was macht ihr hier? Labyrinth oder was? Ich hab's auch geschafft! Ich hab's auch geschafft, Digga! Warte, also so halb! Ja! Okay, ich bin unten beim Checkpoint! Okay, hier ist irgendwie so ein Labyrinth, Digga! Oh mein Gott, Junge! Wo geht's hier lang? Hier ist einfach ein Labyrinth! Äh, äh! Okay, da war falsch! Äh! Äh! Warte mal! Oh, Shit! Bruder, ich weiß gar nicht, was hier lang geht! Äh! Oh! Stopp! Ich hab hier was! Okay, Bruder, muss... Ey, das zu lenken, ne? Oh! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Oh nein! Ich bin runtergefallen! Man muss hier irgendwie runterkommen, ohne dass die fallen eine... Oh, Shit, Digga! Oh, ist das asozial! Oh mein Gott! Nein! 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 Wo bin ich? Und dann bin ich... Ich bin auch ganz unten, aber das macht doch gar keinen... Oh mein Gott! Wo ist hier der Ausgang? Wo ist hier der Ausgang? Wo ist hier der Ausgang? Digga, das sind über den Fallen immer so Lächer, Digga! Du musst durch die Löcher! Einfach grad durchgeflogen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo über den Fallen sind Lächer, Digga! Ganz unten! Ganz unten! Unter den Fallen, Digga! Nicht über den Fallen, sorry! Unter den Fallen! Ah! Hallo! Und man sieht das nicht! Hast du's? Ja, ja, ja! Guck mal, was jetzt kommt, Digga! Oh! Holy moly, Digga! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ist das ekelhaft! Digga, wir machen hier grad Sliding... Slides... Slides... Digga, ohne man darf es nicht gewinnen! Muss es gewinnen! Ich bin runtergefallen! Nein! Ich auch! Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Richtig fast Run hier gerade! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich hab richtig Speedrun gerade gemacht! Wieder gut aufgeholt! Hallo! Bonjour! Hey! Nicht dein Ernst, Digga! Bonjour! Hä? Wie kommt man hier raus? Oh! Oh! Ich hab's! Oh! Oh mein Gott! Holy moly! Nein! Oh! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ach! Yeah! 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 Let's go! So Digga! Ich will, dass du mir jetzt trotzdem was im Itemshop holst! Äh! Genau! Ich bin der Nikolaus, gell? Ja! Äh! Hier die, die äh! Die Krakenhacke für 500 hab ich doch nicht! Das ist das einzige was ich schon nicht hab! Kostet 800! Nein! Du meinst die Kalmarenkeule! Ich meine die Krakenhacke! Achso! Die ist voll hässlich Digga! Ja! Aber egal! Du musst mir was kaufen! Jetzt kommt die Bestrafung! Jetzt kommt die Bestrafung! Warte mal! Warte mal! Ich hab das zweite Level gewonnen! Okay! Was willst du? Digga! Ich will! Ich hol dir die Kalmarenkeule! Okay! Die für 800? Die für 800! Okay! Deal Digga! Mach mal so! Oh shit Leute! Jetzt kommt die V-Bucks Bestrafung! Oh shit Leute! Jetzt kommt die V-Bucks Bestrafung Leute! Ich werd jetzt einfach mal auf Ehrenbasen! Schick ich ihr das mal rüber! Oh my god! Fortfahren! Nachricht! Welches Geschenkpapier willst du? Ich geb dir Leila! Ich hab dir geschickt! Ehre! Hast du mir auch geschickt? Let's go! Oh! Ich hab dir auch geschickt! Hey! Das Geschenk ist doch! Eikramix lutscht! Let's go Digga! Eikramix lutscht du uns! Nice Digga! Danke du! Und wir öffnen! Oh yeah! Okay Leute! Wir sind beides Ehrenmänner! Wir haben beide! Ihr wisst Wettschulden sind Ehrenschulden! Ich hoffe euch hat dieser Driftboard Defrun gefallen! Schreibt mir in die Kommentare wenn ihr öfter Defruns wollt! Checkt auf jeden Fall auch Oduman aus! Er macht auf jeden Fall richtige Bastard Videos! Und in dem Sinne ich wünsche euch ein schönes Wochenende! Bis dann haut rein Leute! Euer Kramix!